Weiteres Beispiel. Schlagt mit mir auf Markus Kapitel 10, Vers 24. Markus Kapitel 10, Vers 24, wo es heißt, Die Jünger aber erstaunten über seine Worte, da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also worum geht es hier? Wenn du so bist wie der reiche Jüngling, der hier beschrieben wird in dieser Geschichte, wenn du so bist und dein Vertrauen auf Reichtum setzt, dann wirst du es verdammt schwer haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. Du wirst nicht in den Himmel kommen, wenn du dein Vertrauen auf Reichtum setzt. Du musst dein Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Das ist der entscheidende Punkt hier in dem Vers. Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Was machen NGU, Hoffnung für alle, gute Nachricht, Neü, Luther 2017, was machen die mit diesem Vers? Die lassen den entscheidenden Teil ganz einfach weg und sagen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also nochmals, diese Übersetzung, diese falschen Bibelperversionen, die sagen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also wieder, sie verdrehen das Evangelium, sie behaupten, dass es schwer sei, in den Himmel zu kommen. Aber Moment mal, wer hat den schweren Teil getan? Den schweren Teil hat Jesus getan. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt. Er ist auferstanden. Er hat alles getan. Du musst nur an Jesus glauben. Es ist leicht, in den Himmel zu kommen. Aber diese modernen, angeblichen Bibeln, die verdrehen Gottes Wort, verdrehen das Evangelium und sagen, dass es schwer sei, in den Himmel zu kommen? Hey, wer dahinter steckt, ist sowas von verflucht, weil es ein anderes Evangelium ist. Aber was sagt die Bibel eben wirklich in einer guten Übersetzung wie der Schlachter 2000, die du unbedingt lesen solltest? Da sagt die Bibel, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Darum geht es eben in der Geschichte vom reichen Jüngling, dass er sein Vertrauen auf Reichtum gesetzt hat. Jesus wollte ihm aufzeigen, dass er ein Sünder ist. Er wollte es nicht einsehen. Er hat auf sich selbst vertraut, auf sein Reichtum. Und so jemand würde es verdammt schwer haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. Mit anderen Worten, es wird nicht funktionieren.